Ja, also heute ist das ja hier schon ein bisschen anders. Wenigstens so ein paar kleine Wellen kann man jetzt schon sehen hier. Ja, und ne Möwe. Ist das ne Sturmmöwe oder was? Komm mal her. Oh. Ist hier auch die ganze Zeit noch mehr Lost Places. Ja, hier geht der ganze Bau natürlich reichlich noch weiter. Ja, krass. Das hier ist alles schon neu gemacht und so. Hier ist ein Teil weggerissen und hier ist, das wird jetzt alles auch noch gemacht. Ähm, ja. Alles klar. Naja. Hier ist aber relativ Regenwetter. Naja. Naja, bei dem Regen heute, da wird auch nicht mehr viel werden hier. Ja. So, die Aussicht hier lohnt sich. Da ist Binz. In der Seebrücke. In der Stellküste. Hier geht sogar ein Fahrstuhl. Hochglocke. Hochglocke. So. Die ist so. So. Der Endhaken. Also hier ist das letzte, ähm, nordöstliche Ende von... Ne, hier ist es. Draug. So. Aja. So, ja. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, okay. Vielen Dank.